Was stoppt's denn jetzt? So, ich bin jetzt hier, ähm... Na, wo bin ich denn? Ähm, Moment. Ich bin jetzt hier... Das Ausmarschen von Stratholme. Ja. Jo, schauen wir mal... Was hier passiert? Ey, ich hab jetzt fast 20 Minuten gewartet, bis ich mir mal endlich mal... ...rein konnte, ey. Also das ist echt, äh... ...Aviz, aviz ist das, ne? Das ist so ein ewig stauert hier. Hm. Riech aviz. So, Quest abgeben haben wir hier. Geh den mal weg hier. So, Illusion Bann. Boah, 29 Gold. Das ist ja Wahnsinn. Na, da hinten ist ja cool, Mensch. Schauen wir mal, was passiert, Herr Witt. Na, ist das nicht, äh... Ja, das ist schon mal sozusagen... ...Sturmwind. Wie schön, dass ihr's geschafft habt, Uta. Oder so... Sieht zumindest von außen so aus, ne? Nicht in dem Ton, Junge! Ihr mögt der Prinz sein. Aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uta. Zählen reiß doch. So, wie geht's denn lang? Habt ihr einen Blahn? Oh nein, wir kommen zu spät. Oh nein, wir kommen zu spät! Noch sehen sie normal aus. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden. Was? Diese ganze Stadt muss gesäubert werden. Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uta! Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern! Ihr seid nur mit meinem Gehirn, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausnehmen? Ach ja, das ist ja jetzt cool gemacht. Guck mal. Sieht man genau, wo man sie abschiehen soll, ne? Nicht schlecht. Gell? Seht ihr hier? Ich denke mal, das sind die Mops, die wir dann so mal killen sollen, ne? Mensch, jetzt wird er öfter plaudern, ey! Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Althas. Tut mir leid, Althas. Ich kann das nicht mit ansehen. Ach, dauert es, dauert es, ey! Oh je, entschuldigt mich einen Moment! Ja, habt ihr mit irgendjemandem gesprochen, der nicht erkrankt ist? Mein Bett lächelt mich grad ziemlich an. Ha, ist doch cool! Lächelt ihr Bett an. Mensch, jetzt fangt halt an da. Ich sag's euch, das ist etwas im Wasser. Das ist doch cool. Die sagt's auch. Siehst du? Das sagt's jeder. Was ist denn jetzt? Oh, das dauert, ne? Das dauert ein bisschen. Also, wie sind wir jetzt hier, oder was? Nein, das ist ganz anders. Ach, was, was ist? Ich muss doch mal schauen, wenn's so weit ist. Oh, wenn noch mal hier etwas beginnt. Hm. Okay, bis gleich war. Jetzt geht's los. Ich bin schon bald auf zu blauen, Kunde. Nun werde ich die Stadt aus der Haus umdreffen, bis die Flamme des Lebens für immer erlösen. Ja. Ach, das ist auch noch mega toll. Na, jetzt geht's erst los. Jetzt tut sich was ne wahnsinnig. Oh, im Dunkel. Diejenigen mit dem stärksten Stahl und Zauber unter euch bilden die Vorhut, um sie zu vernichten. Ich führe den Rest deiner Streitkräfte bei strahlvollem Säuberung von den Infizierten an. Oh, das dauert von alles hier. Und was moße denn von Scheiß? Ach hier oben? Mensch, der läuft halt ein wenig zu. Huuu, ey. Ja, ich weiß auch nicht, ne. Ich weiß auch nicht wie, ne. Was geht zählen? Na, ist so ein Zehnstuhl. So, weiter geht's. Dann wurde ich doch heute bei einem Video gefragt, ob ich ich jung oder Mädel bin, ne? Könnt ihr euch jetzt aussuchen? Ähm, ich weiß halt mal, oder? Ich bin ein spielendes Glauben. Noch ein Mädchen gespielt Gumball. PC mein ich. Auch die Mädels wollen was spielen. Halt, da ist ne Beute für mich. Na, tut doch weh, äh. So, ich blieb doch wohl hier keiner durch, oder? Ich weiß auch nicht. Oh, ist ne Spinne. Die Kufbästchen. Das ist schon immer noch was. Was ist auch immer noch wie hier wegen? War das denn eigentlich losch oder so? Langweilig losch ist das. Ach, da oben geht's halt. So, mal die vor uns waren nicht klar gewesen, oder was? Was ist denn das hier? Ne, das brauch ich nicht. Brauch ich nicht, du. Brauch ich nicht, du. Das will ich nicht haben. Wie sieht's denn aus hier? Ich müsste aber schon mal, dass ihr hier langen müsst, ne? Also ich hoffe, dass wir da mal ankommen irgendwann. Schauen wir mal. Hm. Schauen wir mal. Hm. Da unten ist er trocken. Machen wir ihn trocken, wa? Fleischhagen. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch Fleischhagen. Das nehmen wir noch mit den Ballon. Jetzt sind wir schon mal darauf. How's on the land? So, was ist denn jetzt, eh? Fleischhagen greben wir da. Hallo, Hagen. Ach so, ich kann nicht so jetzt hauen, ne? Ja, ja, ich weiß nicht. Ob ich aus Reichweite bin. Da bin ich runter. Und zack. Ich muss was ausländen. Hallo, Junior. Ja, wenn ich nur ein Schwert rauchen würde, dann wird es nie. Gewonnen. Ich habe gewonnen. Ach, ich habe gewonnen. Wow. Cool. Ich habe gewonnen. Also gut, ich muss jetzt eine Download zeigen. Dann gehen wir wieder weg. Nein, nein. Ist auch neu, ne? Muss ich wohl feststellen. Und keiner kann noch scheiden. Schade, es ist halt bloß immer, dass die Scheide dann... Ja, sehe ich. Ich glaube, dass ich jetzt gerade nicht so anfangen habe, oder bitte? Ich weiß nicht genau, ich muss mal gucken. Ich könnte auch die... Schurken geschwattert haben. Aber irgendwie in meiner Gelde sind wir so... Es sind immer so wenig... Die Leute da, die Schurken haben. Eigentlich Kenner fast. Da ist er ja. Was haben wir denn hier? Aber ich melde mich da noch mal. War ja hübsch. Ich bin es noch mal eben. Hier ist die... Ja, vielleicht haben wir denn drauf. Ja, was ist denn jetzt? Ähm, neuer jedenfalls ist es... Sollrahmen der... Fleischfurmer. Ja, wow. Ich will da nicht vorgreifen, oder was? Ich brauche mich gerade. Aber ich kann noch so recht, warte. Ich kann noch... Yeah. Ja, ja. So. Ba-ba-ba-da-da-da-da-da-da. Ah, ich finde es echt nicht momentan. Ich habe das selber selber gekämpft, selber mit zwei Dolchen eingeschwatzge. Also, wenn schade ist, bloß, denn es muss man sich nicht da rangehen, an die... ...den Plan des Meisters. An die... Na sag's. An Mops halt. Aber es geht. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Jawohl. Mensch, wer da war? Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon cool, wo wir hier lang gehen waren. Oder war das mal... Ich weiß ja, ich blick hier auch nicht so durch. Wir waren ja schon so oft gewesen. Wir müssen doch mal hier irgendwie... Ja, den Typ müssen wir besiegen. Auf alle Fälle müssen wir den Dieb besiegen. So, und da schauen wir mal, ne? Auf alle Fälle 80, das finde ich schon mal ganz cool. Naja, bis zum... Bis zum 25.9 haben wir es leider nicht mehr. Ja. So, ist doch geil, ne? Was haben wir hier? Ach, da war es. Jawohl. Das ist cool, wenn du den Weg kennst. Das Ausmerzen von... Ja, Stratholme, was schon. Okay, also ganz wär's, dass ich euch ja nicht zeigen könnte. Das wird dann so lang war, ich weiß jetzt nicht. Schwummelt, okay. Was ist das? Was ist das? Und was ist das? Ich weiß nicht, dass das ausgerissen geht. Ich glaube ich mir nicht... Ja, ich weiß nicht... Du bist. Du bist halt gestop 70 Ich bin jetzt gestoppt. Ich komm schon ans. Scheiße, ey. Ist das nicht gut, ist das schlimm? Malganis scheint mehr als nur die Geißel in seinem Arsenal zu haben, wir sollten uns beeilen. Wir sollten uns beeilen. Wupp! Ich glaube, ich war ja auch schon mal gewesen, aber... Also früher mal, ne? Früher mal. Was heißt früher? Mehr üble Zauberei! Mehr üble Zauberei, jawoll! Ich glaube, das war's. Cool. Ich glaube, das war's. Cool. Los, weiter! Los, weiter! Weiter hier! Los! Weiter! Falsch war ich ja schon mal gewesen. Eine Spinne! Achtet auf eure Deckung! Sie haben uns in dieser Halle umgestellt! Hinter mir! Hinter mir! Achtung! Hinter mir! Hinter mir! Eingriffen! Eingriffen! Und ich muss das sogar hier! Oh! Äh! Eingriffen! Oooo! Schatz! Das ist schon genug, was ich jetzt hab! Oh! Meine Güte! Wie lange dauern das jetzt noch? Ich wüsste, wenn ich wüsste! Mensch! Da dauert lang! Komm! Ich probier mich dann nochmal, wa? Juhu! Jetzt haben wir hier den... äh... ... äh... Nächsten Von Nullort im Buch Für Lord eurer Tour ich bin total werden los und die Sonderhold der Tauben halten mich auf Wo ist es los? Im Buch Schöne 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 Au 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 Schöne Wie das schon gefallen Stopp Nicht unbedingt Unbrauch so ein Stopp Was gibt es denn hier im Mall? Oh Hier gibt es kein Mall Schade Oh, dann mache ich eine Verheilung hier, der große Brocken Du siehst dann mal zwei Stück So, nur was ist jetzt hier? Oh Der schnellste Weg zum Alganis liegt hinter dem Bücher Genau Oh Wie sieht es denn alles hier? Wo sind wir denn? Weiß ich jetzt auch nicht, es geht ganz schnell Das geht ganz schnell Der Eingang noch existiert Gott sei Dank existiert dieser Eingang noch Ert sei Dank existiert Existiert Ach Mensch mit unserer Ohrenmäh verlauter Kopfhörer hineingeknüttelt Oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Okay, ich melde mich da nochmal Oh, ich glaube die Jörn entsetzt jetzt ein Ende hier Glaub ich, guck mal Es scheint gut aus, sind jetzt schon hier Sag mir, wenn ihr soweit seid Was hat er erzählt? Was hat er erzählt? Ich weiß jetzt auch nicht, was er erzählt hat Wir sollen sagen, wenn wir soweit sind Hallo, wir sind soweit Wir sind soweit Warte So, was ist denn jetzt? Hallo, wir sind soweit Ach, das ist er ja Fein, fein Wir beenden das hier und jetzt mal, Ghanis Wir beide Sonst niemand Auf geht's Auf geht's Auf geht's Das hört jetzt aber schlecht aus mit meinem Leben an Ghanis Das ist die üble Sache Ich muss ein bisschen Ich wollte hier so ein bisschen Schneidermökel nehmen Aber ist ja alles Es wird, es wird, es wird Ich muss hier raus schauen, oder was? Ja, das war's schon Ja, das war's schon Sammelt eure Streitmacht Und folgt mir in das arktische Land Nordend Dort werden wir unsere Rechnung begleichen Dort wird sich euer wahres Schicksal offenbaren Wo ist denn das Tegel? Fieder Bis ans Ende der Welt Bis ans Ende der Welt Habt ihr gehört? Ihr habt euch gut geschlagen Juuu, fertig Achso, dann hab ich jetzt auch Irgendeinen Erfolg Ich muss jetzt die Expedition nach Nordendplan Indiligenz fahr ich nicht Nur Müll hier, Eifemisch Nur Müll Ach, das war die Tour, oder was ihr aufgemacht habt? Achja, genau Wo ist denn jetzt der Questgeber hier? Gesehen er aber wo? Wo ist er denn? Mei, wo ist er denn? Ach da, wo ist er doch Guck mal, wegen Diva mal Ist Diva, ist er das der Gäber? Na, Mr. Charlie ist auch wieder da Oh, was ist das? Guck mal, aus dem kleinen, großen Großen wird ein kleines Sooo Oh, wow, das nehmen wir doch glatt vorbei Mit Oh, jubi, 80 Yasubi Was ist denn das? Neue Fähigkeiten, Raiden Na feine Sache, ey Was ist Dungeon freigeschaltet? Wow Ist ja cool, ey Halt eine Reflexion Ok Leute, das wars erstmal Ich ähm Verabschied mich Tschüss.